Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und wie gehabt am Anfang die Spielauswahl. Match of Rast of Goddess, Echo of Sorrow. Ich glaube das ist auch wieder eins der größeren MMOs, aber gleich werde ich es genauer wissen. Genau, es ist ein RPG-MMO und dann also auf in die Installation. 12 GB Festplattenspeicher. Das wird eine Weile dauern. Naja, zum Download sind es immer nur hin nur knapp 6 GB, aber auch das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Ja, willkommen jetzt also bei Echo of Souls und ja, was gibt es weiter zu tun als direkt ins Spiel zu starten und mit Sicherheit erstmal meinen ersten Charakter anzulegen. Ja, also was habe ich hier? Den klassischen Krieger, Berserker und Beschützer, dann Schurke, der Weg des einsamen Assassinen, eine Hüterin, eins mit der Natur, Hüterin zieht die Kraft aus der Natur. Dann Magierin, also wieder das klassische, was ich hier am liebsten spiele als Magier. Mit Feuerattacken oder mit Eisattacken. Dann die Waldläuferin, okay, ist auch ein Fernkämpfer, interessiert mich auf jeden Fall auch, mit als Schütze. Baden, Ersing, Spielschwierigkeit, 3 Sterne. Mal gucken, der Magier, okay, die Eis hat auch 4 Sterne. Und das letzte war der Okkultist. Im Talent hast du den Gegner voll unter Kontrolle. Okay, das interessiert mich nicht so, also mal bei der Magierin bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon entscheiden muss, die als Pyramanin oder als Kyromanin zu spielen. Die Waldläuferin mit den Bogen ist natürlich auch noch. Allerdings jemand, der zu leicht... Hm. Ne, ich glaube, ich gehe mal Richtung Eis, ein bisschen schwieriger. Mal schauen, was ich da jetzt weiter auswählen kann. Okay, die verschiedene Ausrüstung. Kann ich eigentlich das Geschlecht wählen oder ist es immer nur männlich, äh, es ist immer nur weiblich Extras. Uh, ein Schwanz. Puscheln, puscheln. Puscheln, puscheln. Hm, ne. Schön in blau. Das gefällt mir auf jeden Fall immer noch am besten. Bis zu zwölf Zeichen. Ja, also auf jeden Fall scheine ich keine männlichen Figuren spielen zu können, sondern nur weibliche. Aber okay, soll mich an der Stelle auch nicht stören. Die Frage ist natürlich nur, ob die Kleidung, die ich jetzt hier natürlich zwar anschaue, ähm, später in irgendeiner Form erhalten bleibt. Dazu passt natürlich jetzt ein blauer Puschelfederschwanz, aber irgendwie sieht das blöd aus. Also erstmal den Haarschnitt. So ein großer, langer Pferdespanz. Hm, mit der komischen Schleife oben drauf. Naja, so auch wieder nicht. Naja, das geht halbwegs. Okay, Haarfarbe. Ein bisschen blass. Das Gesicht kann ich nur als Ganzes umstellen. Nee. Die Gesichtsfarbe. Ja, für eine Eis passt doch so in blau ganz gut. Dann machen wir die Haare ein bisschen dunkler. Aber auf jeden Fall diese Dingszeichnung gefällt mir ganz gut. Kann ich da ganz gut merken. So, Augen. Hm, frost die Augen. Auf jeden Fall müssen die kalt sein wie Eis. Das ist natürlich blöd, dass die Augen, oder dass die Pupillen nicht so ganz in der Mitte sind. Hm, also lieber mit Glitzer. So, also Tattoo. Hm, so ein schönes Stern-Tattoo. Ne, irgendwie passt das doch. Ah, Körpergröße. Kopf. Beine. Oh, lange Beine. und groß. Sollte da der Kopf ein bisschen größer sein? Hm, nicht viel. Hm, also das blaue Kleid wieder an. Den Puschel, na der passt da irgendwie dann nicht so drauf. Und da brauchst du noch was anderes. Okay. Sieht doch so schon mal ganz nett aus. Okay. Ja, sie hat natürlich erstmal was anderes an. Aber gut, das muss ich mir dann noch nach und nach zusammensuchen. Mhm. Also, belagerter Brindu-Wald. Sonst irgendetwas? Nein. Also, Spiel starten. Und den Stunden-Countdown beginnen. Vor langer Zeit kämpften Götter und Riesen um die Vorherrschaft in der Welt. Und verloren die Schlacht. Sie fielen. Und ihr böses Blut begann, die Welt zu verseuchen. Auch Yggdrasil, der Weltenbaum, war in Gefahr. Nur indem die Göttin Frick eins wurde mit Yggdrasil, konnte die Verseuchung aufgehalten werden. Jedoch, das Böse wandelt erneut auf den Spuren der Riesen. Und versucht, die Welt zu vernichten. Du, Seelenhüter, bist auserwählt, das Böse aufzuhalten. Du musst die Welt retten. Soweit der Einstieg. Ja, gleich mitten rein. Login-Belohnung. Tag 1. Einlösen. Eine Geschenkkiste. In deinem Inventar. Ja, natürlich, wo sonst. Anwesenheit prüfen. Gilde. Ich bin noch gar nicht in irgendeiner Gilde. Required Newbies Nummer 6. Levinal. Also, Hilfebildschirm. Willkommen in der Welt von Echo of Soul. Links im Gruppenfenster siehst du den Status deiner Gruppenmitglieder. Gut. Die Steuerung deines Charakters läuft über die Tasten W, S, A und D. Mit Klick auf das Mausrad kann dein Charakter vorwärts laufen. Das ist ja blöd. Das ist doch ein Linksklick viel besser. Naja, muss man sich halt immer mal wieder ein bisschen angewöhnen oder einfach dann umstellen. Aber ich lasse es erstmal so. Die NPCs senden dich auf unterschiedlichste Missionen und belohnen dich für erfolgreiche Abschlüsse. Hallo. Questfenster. Lass sie das nicht bewegen. Hm. Okay. Also, wir brauchen deine Hilfe und die Armee der Düsterne bekämpfen. Gefährliches Windrum. Wir brauchen deine Hilfe. Düsterne warten die Stadt an. Klar. Immer. Mach auf Mandelos. Brauch deine Hilfe. Wach auf Mandelos. Wach auf Mandelos. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf Mandelos. Ah, okay. So. Hm. So. Und hier ist noch... Okay. Habe ich jetzt kein Interesse dran. Erst mal loslegen und mitten ins Spiel starten. Was ist das dann? Voller Energie. Energie bleibt bei 100%. Und Jedermannsarm an Mut Stufe 2 beim Besiegen von Monstern. Gold plus 20%, Veteranenmarken plus 10%. Seelenaltar, die macht das Seelenaltar, sie erlaubt die Erläuterung und lädt den Erhöhungspunkt wieder auf. So bekomme ich mehr IPXP. So, Shop, Optionen, Dungeon, PvP, Community, Seele, Skills, Skills. Schadenszöler, Berufe. Du kannst nur einen Hauptberuf wählen. Ich misse Juwelier oder Sammler, Nebenberufe, Spiritist und Koch, Gesten und mein Inventar. Da habe ich doch schon meine Kiste bekommen, die ich erstmal auspacken kann. Was ist denn das alles für ein Zeug? Flamme des Mutes, Verbrauchsitem, Anwendungseffekt, Angriff wird um 20% und 15% oder da. Und davon habe ich gleich so viele und die lassen sich nicht so nötig stapeln. Fünf Rubine, Veredelungsitem, kann in Waffen mit Itemlevel unter 159 gesockelt werden. Und Entzockelungsrolle. Okay, damit kann ich die Steine wieder entfernen. Sehr schön. Länge Anforderung für dieses Item nicht erfüllt. Aha, ein Neulingsspielei. Lecker, lecker. Okay, das sind die Dinger da wahrscheinlich. Leben gibt's auch. Und was ist das? Magieverband. Sechs Kunden werden je neun LP und 56 Mana regeneriert. Nicht im Kampf verwendbar. Nicht auf Schlachtwelt und nicht Arena. Okay, so meine Quest habe ich bisher jetzt nur die erste Hauptquest bekommen. Und mein Charakter, weiteres, Zweitwährung, Tapferkeitsmarke, Siegermedaille, Veteranenmarke, Heldenmarke, Championmarke. Gibt also ne ganze Reihe. Extra. Na dann. Mal los. Also, auf zum Hauptmann. Hilf mir. Was? Du wirst mir helfen? Klar, immer doch. Also, ein Dysor und Soldat und ein Elite-Kill. Wieso kann ich denn diese blöde Fenster nicht verschieben? Okay, also, los geht's. Wir müssen die unheimlichen Soldaten aufhalten. So. Angriff. Feuerball. Oh, der kommt zu mir. Hat hier sowas wie eine Standardattacke, die sie automatisch auslädt. Ja. Erste unreine Seele. Er hat zum ersten Mal eine unreine Seele. Fertig. Ah ja. Also, hier gibt es auch noch ne ganze Menge Achievements. Schauen wir mal, was so alles in der ersten Stunde dort auf mich ausgeschüttet wird. Also, das war jetzt ein Soldat und jetzt soll ich noch ein Elite-Killen. Da hinten ist ein Elite. Frostspeer. Ja, der ist doch schon fast hinüber. Ich hab noch nicht rausgefunden, ob ich jetzt eigentlich schneller kämpfe, wenn ich den... ...direkt drauf tippe oder ob das von alleine ist. Hab ich doch schon. Gute Arbeit. Wir haben die Angreifer zwar nicht in den Flug geschlagen, weil Formasch ist gerät ins Straucheln. Und ich bekomme einen Neulingsstab. Durchschlagkraft 6, 1. Status nach Anlinken plus ein Durchschlagkraft. Fertig. Und schon bin ich die erste Stufe aufgestiegen. So, bevor ich die entführten Bull... ...Bring-Duner... ...die sich noch immer in der Nähe von Bring-Dunen befinden. Natürlich. Und ist der Stab automatisch ausgerüstet? Ne. Aber es ist nur Rune einsetzbar. Aber das mache ich jetzt noch nicht, weil wer weiß, wie schnell ich da den nächsten... ...brauchbaren Dingsbums bekomme. Okay, ich soll jetzt zur 1 laufen. Ha, da ist noch einer. Der will mir auch eine Quest geben. Medizinmangel. Okay, was soll ich dir da holen? Die Shipping-Pflanze ringsum Bring-Dunen. Na klar, nehmen wir doch gleich mit. Gibt es da noch mehr Quests? Sind die ganzen gelben Punkte irgendwie Quests? Ne, das sind Händler. Okay, das sind Fragezeichen. Ich kann mal reinzoomen. Briefkasten. Händler-Riva. Verletzte Einwohner. Wahrscheinlich darf ich die nachher noch heilen. Aber dann sammle Chivin. Chivin, Chivon. Chivip. Chivipi. Zwei Stück soll ich davon einsammeln. Da ist noch eine. So, das wäre auf jeden Fall schon mal erledigt. Aber erst mal noch die Rette-Entführte Briduna. Da ist einer. Also, da ist der erste Entführte Briduna, beziehungsweise schon der zweite. Ich habe schon einen gerettet. Und jetzt dann den zweiten retten. Ja. Genau. Gehe zurück in die Stadt. Und ich gebe meine beiden Quests ab. Kann ich mir helfen? Ich habe dir doch geholfen. Also, hier ist das Medizinzeug. Bitte schön. Silberblitz wurde erlernt. Was haben die eigentlich für eine Abklingzeit? Zehn Sekunden. Null Sekunden. Null Sekunden. Null Sekunden. Okay, aber die haben bestimmte Ausspruchzeit, oder? Gut, auf zum nächsten. Die Fangenbefreiung abgeschlossen. Und nun den Plan auskundschaften. Ein Bote kam soeben. Nein, Levinas sucht Trink nach dir. Ja, ich werde gleich mal vorbeigucken. Aber erst mal die Neulingstunika angezogen. Ist zumindest immerhin schon etwas blau. Planender Düsterhörner. Ich habe nach dir gesucht. Und der grüne Schrein dort soll ich als nächstes hin. Nein, ich bin Kristallwald. Begib dich dorthin und sprich mit der Nymphe. Gut. Sonst noch irgendwelche Quests, die ich mitnehmen kann. Habe ich Post bekommen? Nö. Aber die nächste Ausrüstung Account-Tresor nicht verfügbar. Kann ich irgendwie schneller laufen? Was ist das denn? Hilfe mit den Skills. Talente ab Level 10 verfügbar. Dann kann ich mich als Kyromantin bewegen. Was ist das? Rückreise. Du kannst einen Rückreisepunkt ausgewählt. Aber ich kann ihn schon mal hier hinlegen. Gut. Kann ich das auch auf der Karte machen? Ne. Dann kann ich aber direkt die Questmarker aufrufen. Aber laufen muss ich irgendwie etwas mehr selbst. Oh, da ist ein Kristallbaum. Da ist schon Iona. Hm? Ey, stopp. Stopp. Jo. Während des Laufens scheint der Rechtsklick nicht zu funktionieren. Ein reiner Kristall wurde die Laufbahn zum Düstern eingenommen. Du musst sie besiegen, um an den reinen Kristall zu gelangen. Gut. Sobald du den Düstern die reinen Kristall abgenommen hast, bringt es zu Levina. Natürlich. Probleme im Kristallwald. Eins lebt ein Mensch und nimmt friedlich miteinander. Töte Düstern Speer und Düstern Räuber. Und ich bekomme Verbrauchseitem und meine Schuhe. Na dann. Auf zu den nächsten Ganoben. Also. Die Kristalle muss ich wahrscheinlich dort einsammeln. Oder mal gucken, ob sie die fallen lassen. So, der Düstern Räuber. Okay, davon soll ich auch noch einen zweiten erledigen. Und den Speer brauche ich nur einen zu erledigen. Heile ich auch selbstständig? Ja. Klick, klick. Da habe ich jetzt etwas gefunden. Einen Rheinkristall. Dann noch den Räuber erledigt und dann ist die Aufgabe, sind beide Quests schon abgeschlossen. Oh, da kommt der Speer schon wieder. Wir haben durchaus eine Ausspruchszeit. Ja, und zwar keinen Cooldown, aber ich kann die trotzdem nicht ständig wiederholen. Na gut, aber soweit sind die beiden Quests abgeschlossen. Da muss ich sie nur noch abgeben. Ja. Es gab doch einen Grund, wie wir die hierher schicken. Mehr hast dazu nicht zu sagen. So, wenn du läufst, kann ich ja schon mal die Ausrüstung wechseln. Und Schuhe. Ja, so sieht es doch schon sehr viel schöner aus. Hallo, bin wieder da. Und wieder ein Level aufgestiegen. Was ist das? Littner Schaden minus 3 Sekunden für 5 Sekunden. Verbraucht 10% des maximalen Maßnahmen. Mana reagiert sich nicht, während der Schuss aktiv ist. Verbraucht sämtliches Mana, wenn weniger als 10% Mana verfügbar sind. Oh. Hilfe, Messenger. System kannst du dich ebenfalls mit einzelnen Mitspielern austauschen. Ah ja. Schön. Also, Dynamo versucht in diesem Augenblick das Siegel der Schein zu brechen. Wir müssen das zu verhindern. Gemüse, Halloween, und der steckt da drüben. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Irgendwelche weiteren Quests oder sowas? Wer ist da hinten? Wahrscheinlich irgendwo da oben. So, der Kristall ist schon weg. Die alte Ausrüstung werde ich dann wahrscheinlich irgendwann entweder verkaufen oder auflösen. Der alte Zauberstab. Da ist Gunther. Also, zum eroberten Hügel. Gürtel des Zwielichts. Yummy, yummy. Erhöht Energie und Sättigung. Für wie lange? Abklingen 3 Sekunden. Sättigung erhöhen und Energie erhöhen um 300. Experience. Hm. Naja, schauen wir mal. Welche Stufe bin ich jetzt eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Ist das hier irgendwo im Charakterfenster? Gfp ist mein Charakterfenster. Aber Stufeninfo um. Gruppenhalon Shortcut. Naja, zumindest sehe ich es jetzt irgendwo nicht. Aber dann weiter. So, Tüte düster Hörner. Einfach irgendwelche. Ja. Also, noch zwei weitere. wäre es auf jeden Fall sinnvoll, die mit dem stärksten Zauberspruch anzugreifen. Muss jetzt wieder bis zurücklaufen. laufen. Memo. Also, der will nichts davon wissen. Erstatte Helen Bericht. Ich nehme mal an, dass die weiter drinnen wieder... nicht viel zu tun, immer nur wegen ein, zwei Kreaturen da hin und her zu laufen. Achso, Moment. Nee. die steht ja ganz woanders. Ist das die... Nee, von vorhin, das war die Iona. Herrscher über den Hügel. Komme ich dazwischen durch, sonst muss ich oben nochmal rumlaufen. Nein, nicht angreifen. Hat er überhaupt nichts von Angriff gesagt? Erledigt. Ach, richtig kann er noch springen. Ups. Okay, so gut springen kann ich auch nicht. Dann doch lieber drum rumlaufen. Ah, jetzt hat sie wieder angegriffen. Ah, hier steht mein Level, Level 5. Wenn ich Level 5 bin, ist doch meine Kiste schon bereit. Ja, mit der Kiste. Okay, das ist Level 10 Kiste dann. Levinas Segen fälsert sich in den Erholungszustand und vielleicht der Erholungspunkt wirft sieben Tage lang an. Zeit läuft auch im ausgelockten Zustand weiter ab. Naja, nicht blöd. Wird zur Wiederbelegung an selber Stelle benutzt und automatisch verbraucht. Heilungsschriftrolle. Normale Tasche gebunden. Wo ist deine Tasche aus? Haha, ich habe einen zusätzlichen Inventarplatz bekommen. Ah ja, da unten. Okay, die sind auch wieder aneinander gekettet. Gut. Und ein magisches Ei. Für magisch... Dieses Ei kannst du beim Händler für magische Eier einlösen. Super. Genau, magische Eier müssen beim magischen Eierhändler eingelöst werden. sind auch schon alle Level 5. Akkanwache. Ah ja, das ist der Tempeleingang. Und da ist Helena... äh, nee, Helen. Also, danke, dass du dich etwas ausgebremst hast. Ja genau, ich habe zwei Stück gekillt. Wow. Und jetzt habe ich ein Gürtel des Zwielichts. Zehn Hauptquest. also Gürtel angelegt. Und weiter geht's. Levina hat die Barriere bereits geschritten. Hilft Levina, Dürermanns Düsterherz zu besiegen. Na, endlich. 515. 515. Was los? Ah, das sind dann irgendwie so Instanzen. 4. Komm. 6. Töte Düsterherz. Sieht jetzt noch nicht so schlimm aus. 82. Ob ihm wahrscheinlich den Schlägen durchaus ausweichen zu können. Solange ich mich nicht in seinem Entflussgebiet befinde. Erledigt. Nichts bekommen. Na schön. Ja. Unsere Sieg haben wir deiner Anstrengung und deiner Behördlichkeit zu bedanken. Ja klar. Ui. Kann ich helfen? Die Binne ist schon vor Ausgangs sagt mir eine Nachricht für dich. Okay, die ist schon wieder verschwunden. Okay, den Weg zum grünen Schreien die Toten müssen dann nach hinweisen. Und das ist stark der Zuversicht. Jetzt habe ich Flügel bekommen. Wieso habe ich denn jetzt Flügel bekommen? Sind das jetzt Schnellreiseflügel? Teleport. Teleportet ich sofort 9 Meter nach vorn. Wird bei Anwendung sofort aktiviert. Achso, den Start bekomme ich erst, wenn ich die Quest abschließe. Ich bin auch in überhaupt keiner Gilde. Okay, also Sammle beschädigtes Düsterhorn-Dokument. Und jetzt sind sie alle mit einmal erledigt. Okay. Okay, wo ist Gunther? Das ist etwas verwirrend, in der Hinsicht hinterherzulaufen. Schädigtes Düsterhorn-Dokument. Nicht lagerbar, nicht handelbar, nicht beim Begleiter lagerbar und Account-Resort nicht verfügbar. So ist das. Das war der neue Erfolg. Belohnungserreiche Level 10. Ah, das sind die ganzen Rettememümer nach dem Goblin-Angriff. Die habe ich jetzt alle schon erfüllt, oder nicht? Belohnung weißer Ameisenbär 7 Tage Unreine Seele Level 70 Belohnungskiste. Hm. So, das sind irgendwelche Erfolge ausstehend. Wie bekomme ich das Ding jetzt? Okay, das ist die Schriftrolle. Quest Item. Na dann, sprich doch mal mit mir. Also, Lösung Level 7 und nächster Teil mit Hungersnot. Also, füge die Teile zusammen. Und das war alles. Du geleimt das Dokument zweimal, du hast einmal Düste drin Dokument. Sehr witzig. Und das jetzt wieder zu Libina bringen. Und sammle Wolfsfleisch. Tja, die werden ihr Fleisch wohl nicht freiwillig rausgeben. Und dann noch ein Zwei Sekunden dauert es. mitgeberstand jetzt in der Gilde. Aha. Zwei Witzige Belohnung, Gildungsvorteil. Bildname Requires Nubi Nummer 16. Gildungsvorteil Ja, anscheinend werden die alle automatisch erstmal da reingelegt. Damit man auf jeden Fall in der Gilde ist von Anfang an. Ah ja. Wieso war das vorher nicht da? Also, hier zwei hier gibt's was zu essen. Ah, okay, das wäre auch besser. Da muss ich meine schönen blauen Sachen schon wieder aufgeben. Mal gucken, vielleicht kann ich die im Charakterfenster so drin lassen und dass die als angezogen drin bleiben. Mal gucken. Anzeige, ne. Ah, aber bei Aussehen kann ich's reintun. Ne, da kann ich auch bloß was anderes reintun. Kopfschmuck. Extras, Mode. Ne, kann ich da nicht aktivieren. Schade. Verliere ich jetzt wieder meine schöne blaue Kleidung. Hallo, Levina. Also, hier ist das Dokument. und Grund für die Invasion. Zorn der Elemente und unreine Seelen. Oh, sowas. Also, töte verletzte Elementare, töte Feinde und seine unreine Seelen und sprich mit Delos. Und da hinten ist ein Portalbeamter. Hallo, Portalbeamter. Teleportieren. Ich habe aber noch keine anderen besucht, deswegen geht das nicht. Naja. Dort ist noch ein Fragezeichen. Achso, ich soll mit Delos sprechen. Okay, ich werde jetzt gerade für die Transport bereitstellen. Und wieder ein Level aufgestiegen. So, irgendein Quest. Okay, geht auf jeden Fall beides in die gleiche Richtung. Da unten sind die komischen Elementare. und... Okay, die Seelen werden automatisch eingesammelt. Die muss ich nicht erst annehmen oder irgendwie plündern. Was war das denn? So, erledigt. Erstatte Levina Bericht. Natürlich. Hallo, Levina, ich bin schon wieder da. Hast du mich schon vermisst in den wenigen Sekunden? Also, hier sind die unreinen Seelen. Wenn du eine unreine Seelen läutertest, wird ihre Macht dir gehören. Ich zeige dir nun, wie die Läuterung funktioniert. Können mit dem Hotkey V geläutert werden. V. Oh, ein Seelenbaum. Unreine Seelen. Verdorbene Seelen. Unreine Seelen können geläutert werden und in vier Seelenarten unterteilt werden. Wenn du alleine läutertest, benötigst du mindestens zwei unreine Seelen. Aber wenn du mit einem anderen Spiel zusammen eine Duo-Läuterung durchführst, brauchst du nur eine unreine Seelen. Hier kannst du den Seelen-Skill ändern. Du kannst eine Seelen-Skill leveln, indem du ihn aktivierst und benutzt. Hoffnungsschimmer, Herz der Unschuld, Flamme des Mutes und Zeichen des Friedens. Okay. Viel gezeigt hast du mir jetzt aber nicht. Also geläuterte Seelen zeigt das Maximum geläuterte Seelen an und die tatsächliche Anzahl im Besitz. Unschuld. Sechs. Achso, genau. Ich kann sechs auf einmal, weil ich brauche dann immer zwei. Crit und Desk werden um zehn Prozent. Gesundheit und Z-Gesundheit werden um 15 Prozent erhältn. EP werden um 20 Prozent erhöht. Verteidigung und PVP-Verteidigung werden um 30 Prozent erhöht. EP wird um 20 Prozent erhöht. Okay, EP wird überall um 20 Prozent erhöht. Angriff wird erhöht. Und Angriff Gesundheit und Z-Gesundheit. Was auch immer das sind. Max-LP werden um 20 Prozent erhöht. Statusveränderungen werden entfernt und du warst vier Sekunden immun gegen Statusveränderungen. Seelenfragment Frieden zweimal. Bestätigen. Okay, aber erst mal muss ich Läuterung machen. Das Ziel existiert nicht oder ist nicht geeignet. Okay. Läuter zum ersten Mal eine unreine Seele. Ja, habe ich gemacht. Sechs Stück habe ich jetzt. Okay, haben die sich zufällig verteilt? Seelen-Skill. Hm. Für eine Leitung brauchst du zwei unreine Seelen. Für eine Dubulatung. Ja, und jetzt? Das heißt, ich kann diese Level erst machen, wenn ich 172 zusammen habe. Ah, Moment mal. Das hat jetzt schon Level 1. Hm. Okay, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Also. Auch abgeschlossen. Da gibt es ein bisschen Geld, Seelenwörterung. Ich zeige dir nun, wie du Seelen leutest. Seelen der Toten können durch Macht der Arcana gereinigt werden. Der Öffnungsherr ist den Seelenbaum. Das habe ich doch schon. Wenn du die Anzahl der Seelen wie du leutest, mich ausgehört hast, verschmerzt zwei unreine Seelen zu einer Geläutung. Bitte geht es nicht, dass die Art der Geläutung sie per Zufall bestimmt wird. Ah, ja. Um Seelen zu leutern muss ich in der Nähe des Seelenaltars befinden. Seelenaltar befindet sich in Lagern und Siedlungen. Dort kannst du Seelen läutern und den Erholungsbonus aufladen. Mit dem Erholungsbonus erhältst du zusätzliche Erfahrungen beim Töten von Monstern. Ah, deswegen war das hier vorhin. Aber Energie bleibt bei 100% und die jeder Mannsangutschke 2 ist auch unverändert. betötete Monster hinterlassen eine unreine Seele. Seelenbüter können diese unreinen Seelen läutern. Unreine Seelen können zu Seelen der Hoffnung, der Unschuld, des Muts und des Friedens geläutert werden. Geläuterte Seelen können für mächtige Skills genutzt werden. Spiritisten können außerdem Items daraus herstellen. Mit der V-Taste oder über das Menü kannst du den Seelenbaum öffnen. Dort gibst du die Anzahl der zu läuternden Seelen ein. Mit einem Klick auf den Läutern-Button kannst du zwei unreine Seelen in eine geläuterte Seele umwandeln. Gut. Das habe ich hier schon gemacht. Was jetzt? Okay. Ich muss mir erst noch ein paar Seelen holen. War zu schnell. Also noch mal ein paar Monster gekehlt, damit ich noch ein paar Seelen bekomme. Ah, ist mir jetzt wieder einer im Weg gewesen. So, habe ich jetzt wieder genug Seelen zusammen. Zwei. Gut. Das sollte reichen. So, einmal bitte Seelen läutern. Läuterung. Frieden hat eins dazu bekommen. Jetzt und dann kannst du deine Seelen in der Nähe von Seelenaltaren läutern. Du kannst unreine Seelen entweder allein oder wenn man mit anderen Seelen läutern. Seelen gemeinsam läutern ist viel effizienter. Such doch mal nach einem anderen Seelenhütern. Du musst sicher sein Kurs anwenden. Die Duo läuterung kannst du gemeinsam mit einem anderen Seelenhütern durchführen. Für diese Art der Läuterung brauchst du keinen Seelenaltar. Eine unreine Seele wird in eine geläuterte Seele ungewandelt. Super. Suche dir einen weiteren Mitspieler und wähle nach dem Rechtsklick auf das Zielfenster Läuterung aus dem Menü. Muss ich das jetzt machen? Ich hoffe nicht. Wie ist das Brief des Memoahs überhaupt? Okay, doch. Ich muss mit jemandem anders eine abgeschlossene Quest. Fertig. Versuch doch das öfters zu machen. Ja, klar. Okay, also. Ich soll den Brief lesen. Na dann, zeig mal her damit. Kommt uns überrennt die Stadt. Memoah in Flammen. Wir haben viele Todesopfer. Na dann. Auf geht's. Sprich mit Levina. Quest-item Neuigkeit aus Memoah noch einmal abholen. Nee. Notfall. Unser Lama Roos zur Verfügung. Sprich einfach mit Nathaniel. Ja, da kriege ich jetzt endlich ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Irgendein Reitvogel. Wo ist denn der Kerl jetzt? Da hinten. Los, her mit dem Vieh. Leid ihr ein Lama Roos? Jawohl. Begib dich nach Memoah. Das kann eigentlich ein bisschen schneller laufen. Genau. Teleportiere mich mal zehn Meter nach vorne. Das ist aber unpraktisch, wenn der Vogel gleich wieder verschwindet. Das war meine friedlichste Stadt in Levina. Aber seitdem die Goblins hier sind. Hilf, Seelhüter. Rette die Stadt und ihre Bürger. So, dann bin ich schon in Memoah. Memoah, ja. Und da ist auch schon Gant. Also, willkommen. Wir müssen zurückdrängen und die Bewohner retten. Na klar. Bürger in Gefahr. Annehmen. Untersuche die Fässer. Okay. Räche meine Mutter. Naja, wenn's denn sein muss. Töte Invasoren von Memoah. Kann ich noch mehr Quests annehmen. Mehr Quests. Mehr Quests. Ne. Aber ich könnte mal das Zeug da verscherbeln. Angebot ansehen. So. Verkaufen. 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 Bringt's wahrscheinlich keine Kohle. Reicht das mal. Boah, 5 Goldmünzen. Ich hab gerade mal 57 Silber. Wie viel hat die denn? 6. Die hat auf jeden Fall kein Plus. Die Kumpelkiste oder Duben reintun. Sind wahrscheinlich einfach Charakter gebunden. Was, genau. Und verkäuflich nicht handelbar. Ah, ich hab ja noch meinen neuen Bogen bekommen. Wenn ich erstmal ausrüsten kann. Ah, das Hemd hatte ich noch gar nicht an. Und das darf man schlechter. Gut. Also. Auf die Mission noch erfüllen. Halt. Stehen gelieb. Invasor. Eins von drei. Da ist noch einer. Okay. Hat der jetzt mein Fass geklaut? Haben die da kleine Mädchen eingepackt? Uh. Sowas. Können wir nicht kleine Mädchen in Fässer stecken? Hilf mir. Ich kann nicht mehr. Er ist fast schon mit einem Frostsperr erledigt gewesen. Das ist auf jeden Fall noch ein Fass. Danke, du hast mich gerettet. Ah, ich brauche bloß noch ein Fass zu öffnen. Ich habe zwei neue Errungenschaften. Warum werden die denn nicht mehr angezeigt? Na ja. Also, wo soll ich die Meldung machen? Also, wieder von da, wo ich gestartet bin. Die Karte geht auch bestimmt auf große. Ja, hier hinten war der Übergang. Das ist die gleiche Stelle. Die Bürger in Gefahr. Was war ich in denen hin und gut. Gut. So, Iona. Und ich bekomme einen Handschuh des Zwieliches. Treffen mit dem Stadtoberhaupt. Tja, auch meine blauen Handschuhe gehen da hin. So. Gehe zum Stadtoberhaupt Chiron. Klingt irgendwie wie der Centaur aus der unendlichen Geschichte. Wenn es so viel Spaß macht. Gleich noch einen erledigt. Zack. Vier. Bis der angelaufen kommt, ist er schon weg. Einmal die Vier. Und einmal die den Eissperr. Da ist er ja schon. Mano Chiron. Ja. Geiselnahme. Gut. Könntest du daher die Goblins für mich einfangen? Und zwar ihren Schamanen. Also. Auf den Schamanen gefangen. Der Schamane steckt da hinten. Den habe ich gerade schon erledigt. Ach so, ich muss den hier einfangen. Ups. Jetzt muss ich warten, bis er wiederkommt. Ja, das Ziel existiert. Ich habe es ja gerade erledigt. Aber da hinten läuft noch eins rum. Den kann ich nicht einfangen, oder? Ja. Zack. Da habe ich die Seele fliegen sehen. Jetzt ist der, da ist er wieder. Gut. Dann einmal bitte fesseln. Okay, wie dicht muss ich denn ran? Schon erledigt. Kaisernahne. Kaisernahne. So, was jetzt? Für die Killion. Aber erst, also den Gürtel bekomme ich wieder erst danach. Ich bewege mich zumindest in die richtige Richtung. Das Kling zeigt an, das klappt. Wo läufst du denn hin? Zack. Das Kling zeigt an, dass ich angegriffen werde. Dann mal hinterher. Der wirft auch Giftbälle auf mich. Schau mal, wer hier besser werfen kann. Gucken. 13.000. Okay, Erfahrung kriege ich nicht allzu viel damit zusammen. Aber zumindest kriege ich Seelen. Noch eine Seele. Ja, wenn die untereinander kämpfen, passiert da nicht allzu viel. Da ist Kalyon. Und dann noch den weggelockt oder beziehungsweise besiegt. Und dann Kalyon. 22. noch sind die Zahlen und Lebenspunkte ziemlich klein. Und was hast du für mich? Bausatz Ring des Gleichgewichts. Was ist das denn? Eine Zutat für Alchemisten zur Herstellung des Ring des Gleichgewichts. Okay. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Okay, wie kriege ich denn mein dieses komische Tier wieder? Hoffnung ist schon. Ups. Nur zum ersten Mal ein Seelen-Skill. Okay. Lange hält der ja nicht an. Okay. Okay. Ach so, das war dann hier, wenn ich den Seelen-Skill auswähle. Und jedes Mal, wenn ich den verwende, werden die verbraucht. Hm. Aber jedes Mal, wenn ich sie verbrauche, dann steigen auch die Level-Zahlen. Ja, okay. Ich bin jetzt Söldner und die Stunde ist vorbei. So, ich werde aber jetzt erst mal noch die Quest abschließen. Und dann mal schauen, ob es sich lohnt, noch eine Runde zu drehen oder sondern du Ja, also, der Bösewicht ist weg. Level 8 aufgestiegen. Und ich kann jetzt jederzeit hier rein und raus. Was ist das denn für ein neuer Skill? Ursacht Schaden in Höhe von 20 bis des Angriffs und hält fein davon ab, Zauber mit gelben Skillbalken zu nutzen. Ziel kann für 3 Sekunden kein Skill mit Kanalisierung nutzen. Ah, das sind wahrscheinlich die, die ich hier auch brauche. Ah, da, Kanalisieren. 2,07, 1,53. Der ist sofort. Und der ist auch sofort. So, hält von Mimura, Wahrheitsserum. Und dort kann ich wahrscheinlich jetzt kochen lernen. Das heißt, das wäre dann jetzt der nächste Schritt, genau, zu den Berufen. Also, die anderen Quests werde ich jetzt soweit erstmal nicht mehr weiterverfolgen, sondern an der Stelle bis heute auch bewenden lassen. Und, ja, es ist auf jeden Fall auch ein schönes MMO. Und mal sehen, wann ich Zeit aufbringen kann, die MMOs mal weiterzuspielen, weiterzuverfolgen und in einem größeren Umfang kennenzulernen. Also, soweit für heute und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.